Willkommen zu einem weiteren Screencast und in diesem Video zeige ich dir 12 kostenlose Tools für alle grundlegenden SEO-Maßnahmen, um besser bei Google gefunden zu werden. Viel Spaß! Dieses Video war richtig richtig aufwendig. Einfach deswegen, weil wir die meisten dieser Tools nicht selbst im Einsatz haben. Das heißt, ihr habt mir durch dann und Weise Listen und Tools durchkämpfen müssen und die Tools ausprobieren, ob man die tatsächlich für ein SEO-Projekt verwenden kann. Was jetzt ein wichtiger Disclaimer zu Beginn ist, euch muss klar sein, hey, das sind kostenlose Tools. Das heißt, der Umfang ist sehr, 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 sehr viel kleiner wie bei einem kostenpflichtigen Tool. Aber mit diesen 12 Tools plus den Tools aus dem Keyword-Recherche-Video kann wir eigentlich ein kleines Projekt durchaus managen und das Ganze schön umsetzen. Und jetzt starten wir als erstes normalerweise mit Keyword-Recherche-Tools, aber dazu gibt es schon ein Video. Das werde ich jetzt einblenden, nämlich rechts oben. Und deswegen springen wir jetzt schon sofort als nächstes zum Thema On-Page-Optimierung. Und da gibt es ein Tool, was richtig herausstirkt aus meiner Sicht und zwar das ist Can I Rank. Und das Tool kann unglaublich viel, also es macht sehr schöne Konkurrenzvergleiche, es gibt tolle Empfehlungen und so weiter. Und es schätzt ein, ob es überhaupt möglich ist, für ein bestimmtes Keyword zu ranken und welche Page die richtige dafür ist und so weiter. Und das coolste Feature aus meiner Sicht ist, wie kann ich besser ranken? Und da gibt das Tool zu einer bestimmten OL und einem bestimmten Keyword-Feedback, so wie man im Vergleich zur Konkurrenz dasteht. Also da gibt es eben Page Relevancy, Website Relevancy und all diese Faktoren. Und dann, wenn man weiter runter scrollt, gibt es tonnenweise Empfehlungen, was man machen kann, um diese sechs Faktoren zu verbessern und so seine Rankings zu erhöhen. Und vor allem für Anfänger gibt das Ganze sehr viel Richtung und sicher, es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, jede Empfehlung ist genau das, was ich machen würde, aber grundsätzlich ist es schon mal fein, wenn man nicht nur sagt, hey, die Konkurrenz ist stärker, sondern diese drei Faktoren ist die Konkurrenz stärker, bei diesen drei Faktoren bin ich stärker und dann systematisch das Ganze verbessern kann. Dann eine Erweiterung, die ich erst seit kurzem verwende, aber genial finde, ist SEO Minion. Das ist eine Browser-Erweiterung, die gibt es für Chrome und ich glaube auch für Firefox. Und was die Erweiterung macht, ist, ich habe jetzt hier dieses orange Symbol und wenn ich da draufklicke, jetzt springe ich nochmal zurück, habe ich zu Beginn mal so eine Übersicht, eben On-Page SEO, Links hervorheben, defekte Links überprüfen, das ist auch super praktisch, wenn du Broken Link Building machst, HF-Lang-Checker, SERP-Vorschau, das ist einfach, dass ich mal anschauen kann, wie schaut das Snippet ungefähr aus, da kann ich herumexperimentieren und ich kann in Google den Standort simulieren. Und allein schon die On-Page SEO ist ganz cool gemacht, weil ich sehe wieder Länge, die Beschreibung, Canonical, Meta-Robots, die Überschriften, wie viele Bilder, bei welchen Bilder ist kein Alter-Attribut, das heißt voll praktisch, um einfach aufzuspüren, wo ich vielleicht noch ein Alter-Attribut dazufügen muss, dann Open Graph und Twitter Graph. Das heißt, es prüft einmal die wichtigsten Sachen und gibt mir Feedback zu dem und ich kann schnell prüfen, hey, habe ich irgendwelche Broken Links auf meiner Seite und so weiter, ist so ein Tool, das habe ich sogar tagtäglich im Einsatz. Und eben für mich, als coolste Feature an diesem Plugin ist einfach, dass man alles in einem hat. Das heißt, ich brauche nicht nur einen eigenen Link-Checker, und ich brauche nicht nur einen HF-Lang-Checker und noch eine SERP-Vorschau, sondern ich habe das alles in einer Browser-Erweiterung enthalten. Dann, ich glaube, das habe ich schon gezeigt, das Tool ist von Merkle, der Schema Markup Generator und der generiert mir einfach strukturierte Daten aller Art. Sei es, was jetzt typischerweise jede Webseite haben sollte, ist Organisation, also Local Business bis zu Breadcrumbs, Job Postings, Personen, Produkte und so weiter und es generiert mir die strukturierten Daten. Also schauen wir uns kurz an, zack, einfach zum Ausfüllen. Das heißt, da habe ich den Code und den Code kann ich dann auch direkt im Structured Data Testing Tool von Google überprüfen. Das heißt, ich habe wieder einen kompletten Prozess. Das heißt, ich brauche das nur ausfüllen, das heißt, ich brauche mich nicht im Coding auskennen, dann kann ich den Code sofort validieren im Tool und brauche den dann nur in meiner Webseite einbauen. Boom! Alles wunderschön in einem Zug erledigt. Dann, auch noch als Teil von der On-Page-Optimierung, ist Mobile-First-Checker. Und was das Tool macht, wie gesagt, ganz kurzer Hinweis. Die Seite habe ich einfach als Beispiel verwendet, ist kein Kunde von uns oder ist auch kein Projekt von uns, nur als Beispiel. Und was das Tool macht, das überprüft, ob ich im Mobile und auf Desktop, ob da alles einheitlich ist, beziehungsweise nach die Guidelines eben, hey, ist da der gleiche Content, sind da die gleichen internen Links, sind da die strukturierten Daten gleich und so weiter und so weiter. Einfach, dass das garantiert passt. Wenn ich jetzt natürlich eine responsive Website habe, ist das sowieso kein Problem. Aber wenn ich zwei unterschiedliche Seiten habe, dann ist das natürlich praktisch, um das zu überprüfen. Dann kommen wir zum Thema technische SEO. Und das war aus meiner Sicht das schwierigste, ein Tool zu finden, was man für technische SEO verwenden kann und was kostenlos ist. Und da gibt es Gott sei Dank SEO-Ability. SEO-Ability crawlt eine Seite und gibt zu allen möglichen Faktoren Feedback. Grundsätzlich ist es einmal aufgetrennt nach Technik und Meta-Daten, dann Struktur und Inhalte. Und es ist einfach so, was viele Tools anbieten, sei es Deep-Crawl, On-Crawl, Screaming Frog etc. Wie gesagt, was man alternativ kostenlos auch verwenden kann, ist natürlich der Screaming Frog. Ich glaube, der ist aber beschränkt auf 400 URLs. SEO-Ability hat genau so seine Beschränkungen. Der Vorteil von SEO-Ability ist, ich brauche nichts installieren, was ich beim Screaming Frog schon machen kann und mir war wichtig, dass man jetzt nicht wirklich etwas installieren muss. Natürlich kann man sagen, eine Browser-Erweiterung muss man installieren. Aber ja, was ist jetzt das Coole an SEO-Ability? Zum einen einmal, was ich ganz cool finde, ist, es kommt aus Deutschland. Und was ich zum anderen ganz cool finde, ist dieses Feature, was ich meiner Meinung nach bei fast noch kein Tool gesehen habe, ist identische Linktexte für unterschiedliche Seiten. Das ist ja so ein Thema, über was ich öfters quatsche, ist eben so Mehrdeutigkeiten in der internen Verlinkung. Und sogar bei uns habe ich da relativ viele Occurances, wo einfach über die Jahre ist es passiert, dass mehrdeutige Verlinkungen. Das heißt, gleiche Anker-Texte, aber unterschiedliche URLs, die verlinkt worden sind, entstanden sind. Und das ist natürlich praktisch ein Quick-Win, das auszubessern und Google klar zu kommunizieren, hey, diese Page soll für das ranken. Aber prinzipiell, SEO-Ability, was macht das für uns? Eine kostenlose On-Site-Analyse. Natürlich, es hat Einschränkungen. Das heißt, ich sehe jetzt nicht alle URLs usw., aber für ein kleines Projekt ist es richtig cool. Und eben die Alternative wäre der Screaming Frog für alle, die bereit sind, ein Tool auf ihrem Computer zu installieren. Dann, was ich natürlich machen will, wenn ich schon SEO mache, ist, ich will meine Rankings überprüfen. Und das ist wiederum ein bisschen leichter kostenlos umzusetzen. Da gibt es zum einen einmal das Tool, SEO Review Tools. Da kann ich bis zu 10 Keywords gleichzeitig überprüfen und ich habe unterschiedliche Google-Versionen, die ich verwenden kann und das liefert mir dann einfach die Platzierung für dieses bestimmte Keyword in dieser Google-Version. In diesem Fall zum Beispiel Google.de. Super praktisch, super nice. Vor allem, weil ich einfach 10 Keywords gleichzeitig prüfen kann. Wenn man jetzt nicht zu faul ist, einzelne Keywords zu überprüfen, dann gibt es eben von Merkle dieses Local Search Tool. Der Vorteil von diesem Tool ist jetzt, dass ich halt auch Local Keywords prüfen kann. Das heißt, ich kann auch prüfen, hey, wie rank hier für das Keyword SEO in Innsbruck. Das kann ich jetzt mit dem SEO Review Tools nicht machen. Das liegt einfach daran, ob ich jetzt eher für Lokal versuche zu ranken oder ob ich jetzt zum Beispiel deutschlandweit oder österreichweit oder schweizweit ranken will. Das coolste Feature, habe ich eh schon gesagt, bei SEO Review Tools ist, dass ich 10 Sachen gleichzeitig prüfen kann. Das coole da ist, dass ich alles getrennt gewissermaßen konfigurieren kann. Das heißt, ich kann Land, Sprache und Location und daraufhin kriege ich wirklich genau zugeschnitten die Suchergebnisse zurückgeliefert. Also, mich richtig gut. Dann, was ich natürlich brauche für SEO, damit ich vorankomme, ist, dass ich mir anschauen kann, was hat die Konkurrenz für Backlinks und damit ich die nachbauen kann bzw. daraus eine Linkaufbau-Strategie ableiten kann. Und das ist auch wieder so ein Thema, unglaublich mühsam, da irgendein sinnvolles Tool zu finden. Ahrefs bietet auf jeden Fall kostenlose Keyword-Recherche an, aber eben nur in einem, sagen wir mal, abgespeckten Rahmen. Das Tool, früher war das Beste dann Majestic SEO kostenlos, ist jetzt mittlerweile die kostenlose Version eine komplette Katastrophe. Aber es gibt noch ein halbwegs verwendbares Tool und zwar der Openlink-Profiler. Den kann man wirklich verwenden, vor allem, ich habe den jetzt sogar, jetzt bin ich gerade nicht eingeloggt, aber wenn ich einen kostenlosen Account anlege, dann hat es sogar noch ein bisschen mehr Features. Aber das ist die Version, wenn ich nicht einmal eingeloggt bin, kann ich mir meine Links anschauen. Natürlich findet das Tool weniger Links als zum Beispiel Ahrefs oder Majestic SEO oder Moz, aber die Tools kosten auch Vermögen. Aber es liefert mir alle wichtigen Daten. Das heißt, ich habe meine Links da schön, ich habe meine Ankertexte, ich kann das extrem cool filtern. Also da würde ich sogar sagen, dass teilweise die bezahlten Tools schlechter sind. Und was ich einfach ein mega Feature finde, ist How old are the links that point to your site? Das heißt, ich kann prüfen, wie lange diese Links schon auf meine Seite pointen. Und vor allem kann ich mir das bei der Konkurrenz anschauen. Und wie wir mittlerweile wissen, ist ja einer von den wichtigsten Ranking-Faktoren nicht Domain Alter, sondern das Alter vom Link-Profil. Und da kann ich schnell prüfen, wie alt ist das Link-Profil tatsächlich. Wenn es jetzt wirklich so super alte Links sind und die existieren alle noch, dann ist die Nische natürlich sehr viel schwieriger, als wenn mein Konkurrent im letzten Jahr all seine Links aufgebaut hat. Das ist richtig, richtig geil. Dann kommen wir jetzt – ich habe den Punkt jetzt, weil ich es nicht besser benennen kann – SEO-Analyse-Tools genannt. Mein erstes Tool ist der SimilarWeb. Das kennt ihr schon, aber SimilarWeb, was die meisten nicht wissen, hat auch eine Browser-Erweiterung. Und die Browser-Erweiterung ist super, super, super nice für Konkurrenz-Analysen bzw. Markt-Analysen. Das heißt, ich gebe jetzt einmal mein Main-Keyword bei Google ein, kopiere mir die Top-10-Ergebnisse raus und schaue mir dann – zum Beispiel, ich zeige euch das jetzt bei Daunenfeder – schaue mir dann an, wie viel Traffic haben die. Das ist jetzt nicht nur organischer Traffic, sondern das ist allgemeiner Traffic, das heißt dann kompletter Traffic. Dann, was ist so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, Pages per Visit, Bounce-Trade usw., wo man jetzt aufpassen muss. Aus meiner Sicht stimmen die Visits relativ genau. Bei den Daten ist es unterschiedlich. Das heißt, je größer die Seite ist, je mehr Traffic die Seite hat, desto genauer sind diese Daten. Jetzt in diesem Fall, weil die Seite ja eher klein ist und sehr nischenmäßig, sind die Daten schlechter, weil die Aufenthaltsdauer ist signifikant höher als hier vorgestellt. Das coolste Feature meiner Meinung nach von dieser Browser-Erweiterung von SimilarWeb ist, dass ich mir hier unten die Traffic-Sources anschauen kann. Das heißt, ich sehe dann ja gewissermaßen schon, was ist der Marketing-Mix ungefähr, die die Seite hat, wie abhängig sind die jetzt von der organischen Google-Suche, machen die auch Social Media, E-Mail usw. und dann kann ich relativ schnell eine Nische analysieren, was in dieser Nische funktioniert. Das heißt, in manchen Nischen ist E-Mail-Marketing voll wichtig, in anderen nicht. Da kann ich schon einmal sagen, hey, vielleicht braucht man gar kein Newsletter, weil es in dieser Nische nicht so wichtig ist. Oder Social Media oder ich sehe auch voll schnell, hey, wahrscheinlich darf man in dieser Nische gar nicht Adwords schalten, weil niemand schaltet Adwords. Das heißt, entweder sind die Preise so astronomisch, was jetzt grundsätzlich keinen Sinn macht, wenn niemand Adwords schaltet. Aber ich kann also so schon eine erste Analyse machen mit SimilarWeb, super nice. Dann, was natürlich auch immer Thema ist, sind natürlich Abstrafungen und damit ich mir anschauen kann, bzw. Abstrafungen sagen wir mal Google-Updates, damit ich mir anschauen kann, wie meine Seite betroffen ist von einem bestimmten Update oder von einer bestimmten Änderung, gibt es das Penguin-Tool. Und was das Penguin-Tool macht, ist, du musst deine Analytics-Daten natürlich freigeben, deine Google Analytics-Daten. Dann kannst du einen Zeitraum einstellen, Desktop, Tablet, Mobile Traffic und so weiter. Und dann gleicht es das Ganze ab und zeigt dir in dieser Chart jetzt die letzten Updates an. Das heißt, zum Beispiel am 4. Juni haben wir einen Broadcore Algorithm-Update gehabt und dann haben wir eher das lustige Diversity-Update gehabt von Google, wo Google jetzt sagt, hey, wir wollen jetzt nicht, dass für manche Ergebnisse viermal die gleiche Domain in die Top 10 ist, sondern es soll maximal zweimal die gleiche Domain vorkommen und so weiter. Und da sehe ich jetzt, wenn dann natürlich genau in diesem Zeitraum dann meine organischen Visits runtergehen bzw. meine organischen Uses in diesem Fall, dann bin ich von denen betroffen worden. Und da kann ich eben genau, wenn ich einen längeren Zeitraum betrachte, kann ich das auch noch filtern. Das heißt, ich kann Sachen wegschalten und aktivieren. Und das coolste Feature von diesem Tool ist aus meiner Sicht diese Timeline. Nämlich da gibt es die Google Update History und da sehe ich alle Updates, die was Google so ausgerollt hat plus immer Quellen dazu. Das heißt, wenn ich jetzt die Diversity-Update habe, dann sehe ich da den Link, wo Search Engine Land oder Search Engine Roundtable oder was auch immer darüber geschrieben hat und da kann ich mich weiter informieren, was das Problem da ist. Und das ist halt praktisch für Troubleshooting, vor allem wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat eine uralte Domain, man hat eigentlich nie SEO gemacht, ist vielleicht in irgendeinem Filter drin und das zeichnet sich relativ schön ab. Durch die Analytics-Daten kann ich mir da anschauen, was könnte das Problem sein und so weiter. Natürlich, es ist scheiße bei Core-Updates, weil meistens wissen wir bei Core-Updates ja nicht genau, was das Problem ist, sondern nur so, ja, Google mag deine Webseite, jetzt nehmen wir so gerne wie vorher. Dann, was jeder sowieso schon kennt, aber ich trotzdem erwähnen muss in diesem Tool-Setup für Anfänger, ist natürlich die Google Search Console. Das ist das Erste, was man für eine neue Webseite einrichten sollte, einfach weil ich dadurch gewissermaßen meine Webseite aus Googles Sicht sehe und ich sehe, wie gut, welche Leistung zeigen meine Ergebnisse, d.h. meine Title-Text, Meta-Description und so weiter, in die Suchergebnisse. Ich kann einzelne URLs überprüfen und mir anschauen, hey, was ist da das Problem, wie sieht Google das Ganze. Und ich habe das genialste Feature ever aus meiner Sicht und zwar, das ist unter Index eben die Abdeckung, wo ich mir anschauen kann, hey, wie funktioniert das alles mit der Indexierung, was gefällt Google nicht so gut. Vor allem bei Online-Shops ist das etwas, was man immer im Auge haben sollte, weil z.B. durch Facettensuche schnell extrem viele URLs indexiert werden, die, sagen wir mal, Thin-Content oder Müll-Content enthalten und das zu ein Problem für die gesamte Seite führen könnte und deswegen ist es super wichtig, dass ihr das sofort einrichtet. Mein Lieblings-Feature, habt ihr eh schon herausgehört, ist die Index-Abdeckung, was das praktischste ist wahrscheinlich für Einsteiger, ist der Leistungsbericht, wo man sich anschauen kann, hey, wie ist die Klickrate und daraufhin kann ich auch testen, welcher Title-Text funktioniert besser, welche Meta-Description funktioniert besser, damit ich schnell mehr Traffic kriege. Und zu guter Letzt, was die meisten, glaube ich, nicht wissen, ist, dass Hotjar im kleinen Rahmen kostenlos ist. Hotjar ist ein Tool, mit dem ich Heatmaps generieren kann, d.h. ich kann mir anschauen, wo klicken, User am liebsten, ich kann User-Recordings machen, d.h. ich kann die Session von einem User aufzeichnen, mir anschauen, wie verhaltet er sich auf der Seite und so weiter und was richtig cool ist, ist, ich kann Sachen machen wie zum Beispiel Funnels oder Forms und ich kann genau tracken, wie verwenden User ein Kontaktformular, an welchem Punkt in einem Funnel springen sie ab und so weiter und kann dadurch natürlich gewissermaßen meine User-Experience und meine Conversion optimieren. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt super SEO-fokussiert, aber mittlerweile ist der CEO immer abhängiger von der User-Experience. Dementsprechend würde ich sagen, dass es trotzdem ein essentieller Part ist von Suchmaschinenoptimierung, kann man sich kostenlos einrichten, ich glaube bis zu 2000 Hits am Tag oder so, was die meisten Seiten sowieso nie schaffen und ich zeige euch jetzt kurz einmal, wie das ungefähr ausschaut. Wenn ich jetzt z.B. ein Heatmap generiere für die Homepage, dann sehe ich jetzt z.B. auf den ersten Blick, die meisten Leute klicken auf unser über uns. Das ist relativ logisch, weil die Leute, die auf unserer Startseite einsteigen, sind wahrscheinlich an der Brand interessiert und wollen uns besser kennenlernen, damit sie dann schauen, hey, kann man denen vertrauen, wer sind die, was haben die für Werte, wenn ich jetzt in ein SEO investieren will z.B. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Setup. Wie gesagt, nochmal kurz zur Erinnerung, die ganzen Keyword-Tools sind in einem anderen Video erwähnt, das habe ich am Anfang schon darauf hingewiesen. Das heißt, da gibt es ein eigenes Keyword-Tool-Setup, ein kostenloses Keyword-Tool-Setup. Ansonsten, ich freue mich wahnsinnig wieder in die Kommentare über weitere Tool-Empfehlungen, kostenlose Tools, die wirklich verwendbar sind. Also nicht die, die auf die ganzen Listen von irgendwelchen SEO-Agenturen sind, die eigentlich die Tools funktionieren überhaupt nicht mehr bzw. sind so eingeschränkt, dass man sie überhaupt nicht verwenden kann, sondern wirklich hilfreiche Tipps. Dann freue ich mich natürlich über neue Abonnenten und wie immer der Hinweis, wir haben ein Newsletter, da informieren wir über neue YouTube-Videos, neuen Content auf unserer Webseite und teilweise auch über unsere Gastbeiträge. Überhaupt keine Werbung, sondern wirklich nur, da geht es um Content, Content, Content für euch. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.